Wo sind wir denn jetzt? Ich hab jetzt nicht aufgepasst. Der ist genau bei mir gespawnt! Die Tür ist offen, da... Oh, er hat ihn. Die Lisa... Kreuz ist positioniert. Oh Gott! Wer hat denn Daniel erwischt? Wo sind wir denn? Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Oh Gott! Bauna! Bauna! Wo? Mann, wir sind voll Gutränger zu zweit. Wir brauchen die anderen gar nicht, ja? Wir sind voll die Profis. Und einer hat das nicht ausgemacht. Oh Gott! Mit der Kraft der Freundschaft haben wir ihn gezwungen! Oh Gott! F steht für Freunde, die was unternehmen! Die was unternehmen! U steht für uns, dich und mich! M steht für natürlich, haben wir Spaß! Ganz friedlich und freundschaftlich! Oh echt jetzt? Oh fuck! Scheiße! Komm in meinen Schrank! Wir verstecken uns freundschaftlich! Mit dir in uns beiden! 4-5! Oh, ich hab's gesehen! Clarissa! Bring's zurück! Bring's zurück! Bring's zurück! BAM! BAM! Christlicher Boden! BAM! Christlicher Boden! What? Oder schneller, wenn's lieber! Schneller! Scheiße! Can you show yourself? NOOOOO! Okay! Are you here? No! How old are you? I don't know! I don't know! I don't know! I don't know! Let's go! So, nicht ins Salz treten! Nur für den Geist! Der hat schon rei gesappt! Angstbewältigung! Okay! Was ist denn tot? Computergeist? Nein, nein! Wieso? Come on! Please! So, Yosef! Mary, please! 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 I just wanna go home, Mary! Weißt du meinen Baum grad auf? Ja! Nein! Mary! You're a bitch! Go fuck yourself right there! So, was ist denn? Was ist denn das, Mensch? Oh Gott, die ist so langweilig, die Frau! Oh Gott sei Dank! Danke! Where are you? 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 Oh Gott sei Dank! Oh Gott sei Dank! Ehh... Ahhhhhhhhhh... Aber die letzten zwei Bilder haben nicht gezählt, was bedeutet, wir müssen das nochmal machen... Ehh... Ehh... Ja, jetzt kommt sie. Dankeschön. Ich müsste ihr Target sein. Ey, bitch! Zeig dir die Polonese! Aber das Bild, das du von deinem Gesicht gemacht hast, zählt als Ghost. Yeah! Äh, nein, du bist der Geldkonferenz. Wobei, was mich irgendwie gewundert ist, das Kreuz müsste eigentlich alles abdecken und trotzdem jagt es. Es ist gerade von meiner Nase verschwunden. Ich hab's angeschaut, es hat Kopf gemacht. Das ist ein Feig. Brauchst du Hilfe? Geht gleich, komm! Ich hab's dir gar nicht getan, du Fotze! Boah! Ich hab's dir gar nicht getan, du Fotze! Ich hab's dir gar nicht getan, ich hab's dir gar nicht getan. Ich bleib jetzt hier stehen, du kommst eh nicht weiter. Die hängt immer noch an der Treppe. Ich schaff das nicht, die eine Treppe noch runter zu gehen. Ich hab's dir gar nicht getan. Fünf! Fünf! Er... 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 instruments. Oh Gott, der mag uns richtig gar nicht. Ich habe noch nie eine so harte Nulllinie gesehen. Der Geist ist tot. Ja, bisher noch Ned, ich weiß nicht, die fühlt sich irgendwie komisch. Are you here? Wow, warte, warte, warte. Was ist denn der? Fuck, Udo, der kam gerade aus dem Raum da hinten rausgesumt. I-Sonic. Hau ab, ich will ein Interaction-Poto. Hallo, Daniel. Ich kann weggehen. Ich sage, es ist ein Dämon. Weilenste sage ich, es ist Dämon. Der Geister ist Daniel. Schatzi. Daniel, please. Please. Nein, nein. Oh, 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 oh. Eine 4, ok. Der ist ja gut, DUDE. What do you want? Attack. Ja. Oh, ja. Das ging aber schnell. What? Ach, Tom, was ist dein scheiß Problem mit mir? Da, an welchem Hütchen ist das Feuerzeug? Was so? Why you do this? Why? Willst du denn hier sterbe? Äh, sup? Oh, bütendes Stampfen. Ja, das passiert, wenn sie dich festlaufen. Echt? Ja. Ah, scheiße, schön wär das aufs Salz gelaufen. Fuck, 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 fuck. Wie heisst die? Das nächste Kreuz ist weg. Tut mir leid, ich hab's nicht gewischt. Yo, 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 was geht, Geist? Are you here? Okay, Spillepox ist konfirmt. Ah, scheiße. Was? Oh, was? Oh! Jagd! Huh! Ich glaub ich hab' schon. Du musst bis 10 zählen. Du kannst suchen. Du kannst suchen. Ich hab' schon mal einen Bohnen. Disco, disco, party party. Ha! Du schaust als wenn's voll chillig auf dem Gelände stehen. Deswegen hab' ich am Anfang da einen Zip, weil ich dachte, die kommt denn da. Oh! Oh! Alter, stampfen jetzt rum. Wir bleiben jetzt hier stehen und warten bis sie reinschreiben. Okay. Wir sind freezing, wir haben die Spiritbox, wir haben ein massives Ego. Ha! Es ist keiner drin! Da ist überhaupt keiner drin, du Bitch! Ich hab' einen Plan. Ich hab' einen Plan. Ich hab' einen Plan. Okay, deshalb hab' ich nen Glück. Ah! Es hat funktioniert! Nice! Es hat funktioniert! Also, es ist ein Dämon, wer hätt's gedacht? Haben wir freezing? Nee, ne? Spirit oder Revenant? Na toll. Oh! Traum, mach mal Amateur, kommt der Revenant oder was? Alter! Es ist ein Revenant! Wahnsinn. Ah! Das nächste Mal Kendran! Der... Es ist ein Revenant, der sagt Kendran! Die Ironie! Spielst du gerade mit dem Revenant Balls? Ich spiel' mit mir selber Ball. Der kommt wieder zurück zu mir. Dona, show yourself. Miss Mila. No! Mein Ball ist grad gegen was geprallt, gegen was Unsichtbares. Jetzt hab' ich Angst. Was? Ich pack' der Ball bei dir auch so komisch. Come on! Was? What the fuck? Ja. Das ist ein Geisterball. Ja. Come on! Jesus Christ! Just show yourself! It's not that hard. It's not that hard. It's not. All you have to do is like manifest yourself. See it? Oh! Gute Arbeit.